Ich würde jetzt übergeben das Mikrofon an Onn Möhrer aus Göttingen, der über die Beatmung spricht. Es gibt, glaube ich, wenige auch in Deutschland, die mit so viel Wissen und mit so viel Erfahrung, mit so viel wissenschaftlichem Hintergrund über Beatmung sprechen können. Und ich glaube, wir alle können von ihm lernen. Ja, oder? Lernen kann man immer. Und ich lerne immer von Onn, wenn ich ihn im Vortag höre. Und ich freue mich, dass du da bist und vielen Dank. Ja, das war aber ein schönes, einleitendes Wort. Vielen Dank. Es erbt mich sehr. Meine Damen und Herren, dabei habe ich Ihnen gar nicht so viel zu erzählen, wenn Sie schon in anderen Beatmungssitzungen Zeit verbracht haben. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn Sie hier auf dem Kongress schon mehr oder weniger zwei, drei, vier Beatmungssitzungen zum ARDS mitgenommen haben, dann werden Sie hier nicht mehr so viel Neues hören. Das ist leider das Problem, dass wir, wenn wir Patienten richtig beatmen wollen, dass bei der Sepsis am Ende nicht so viel unterschiedlich ist, weil nicht wenige von den beatmeten Patienten haben natürlich ein Lungenproblem, sonst wären sie nicht beatmet. Und von denen, die wegen eines Lungenproblems oder einer Oxygenierungsstörung beatmet werden, da sind sie relativ nahe dann an akuten respiratorischen Versagen und dann halt auch an den Beatmungskonzepten, die sie beim ARDS vorlegen. Ich habe es versucht, nochmal ein bisschen anders aufzurollen. Denn die, die vielleicht nicht ganz so in der aktuellen S3-Leitlinie Beatmung sind, beim akuten respiratorischen Versagen und einschließlich ECMO, einfach nochmal die Surviving Sepsis-Leitlinie genommen. Und das ist ja im Moment noch die aktuellste. Die Deutsche wartet noch so ein bisschen, dass sie kommen wird. Dinge müssen auch ein bisschen reifen. Also das ist sozusagen, sind die Empfehlungen. Und das ist gar nicht wenig. Es sind 15 Empfehlungen, die in der Sepsis-Guideline quasi sich um Beatmung drehen. Also insofern haben sie da schon etliche Vorschläge. Und ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal diese Vorschläge an und überprüfen wir nochmal, ob das so das richtige Konzept ist der Beatmung. Ich kann vorwegnehmen, ja, da trifft schon vieles zu. Aber so ein, zwei Sachen würde ich anders machen und würden wir halt aus der Leitlinie anders auch bewerten wollen. Und da gibt es drei Empfehlungen, wie sie beatmen sollen im Hinblick auf, ja, ich nenne es mal Lungenprotektion, also so wenig wie möglich Schaden erzeugen. Und das betrifft einmal natürlich das Tidal-Volumen, das betrifft einen Spitzendruck oder Plateaudruck in dem Fall. Und das betrifft noch eine allgemeine Aussage für die Patienten ohne ARDS. Also lieber sechs Milliliter pro Kilo Körpergewicht bei den Patienten, die ein Sepsis-induziertes ARDS haben, kleiner 30, was den Plateaudruck angeht. Und, ja, was das Low-Tidal-Volumen angeht für das respiratorische Versagen, ja, auch eher ohne ARDS, eher mit dem niedrigen Tidal-Volumen anzugehen. Also das sind die drei entsprechenden Aspekte. Und nur nochmal einen Gang zurück. Wir wissen halt, dass wir mit Beatmung nicht nur Lunge, sondern auch Zwerchfell schädigen können. Deswegen ist der Trend so sehr dahingehend, dass wir darauf achten, so wenig invasiv wie möglich zu sein. Und mittlerweile, wir versuchen immer mehr, diese einzelnen Variablen, die alle für sich quasi einen Lungenschaden induzieren können, sei es den Spitzendruck, sei es der Plateaudruck, sei es das Tidal-Volumen, zusammenzubringen. Eine Idee ist quasi, draufzugucken, wie viel mechanische Energie wirkt sich denn auf die Lunge aus, aufgrund der Beatmungseinstellung, aber auch aufgrund der pulmonalen Situation, der speziellen Veränderungen, der individuell typischen Veränderungen in einem Lungenschaden, auch Sepsis-induziert, das zu berücksichtigen. Also protektiv ist das Ziel. Und wir wissen natürlich, dass wir auch im Hinblick auf Zwerchfellkraft, diaphragmatic weakness, mehr als nur einen Spieler haben. Also neben dem primären pulmonalen Geschehen kommt dann möglicherweise auch die Sepsis hinzu. Und am Ende haben wir aber auch wieder die Lunge, die quasi inflammatorische Ereignisse durch falsche Beatmung weiter unterhalten kann. Und Lunge, aber auch Zwerchfell quasi unter der Beatmung Schäden erlangen. Und es gibt so ein altes, schönes Editorial, damals zum Einsatz von Muskelrelaxantien von Arzlatski. Der hat das hier ganz gut zusammengeführt. Also wenn wir zu hohe Schierkräfte, zu hohe Tidal-Volumina anwenden, dann können wir quasi die Lunge schädigen. Also durch direkte Destruktion und auch durch Veränderung der intracellularen Matrix und auch Umbauprozesse induzieren. Aber wir können natürlich auch durch inflammatorische Reaktionen, durch Freisetzung von Interleukinen auch systemisch quasi Sepsis mit unterhalten. Da haben wir quasi das Thema Organ-Crosstalk. Und das gilt es quasi zu verhindern. Low Tidal-Volume, wir wissen das mittlerweile seit Lamm, ist da ein guter Weg, um Outcome zu verbessern. Und da gibt es halt diese alte, mittlerweile alternde New England Journalist-Study, die halt gezeigt hat, dass wir mit einem niedrigen Tidal-Volumen da besser unterwegs sind bei Patienten halt in einem schwereren Lungenversagen. Und wir wissen aber auch, dass eine Beatmung mit höheren Tidal-Volumina halt auch ein ARDS erzeugen kann. Also hier zwei Studien aus 2004 und 2005, die im Grunde genommen da retrospektiv analysiert hat und den Zusammenhang mit von High Tidal-Volume und Acute Lung-Injury respektive ARDS untersucht hat und zeigen konnte, dass diese hohen Tidal-Volumen letztlich schädlich für die Lunge sind. Also die wichtigste Take-Home-Message für die Beatmung ist, gucken Sie aufs Tidal-Volumen und auch das ist sicherlich allen bekannt, ID Bodyweight adjustiert und nicht mit Blick auf das Bett den Patienten da liegen sehen und sagen, naja, 80 Kilo werden es schon sein. Also immer wieder die Message, hängen Sie sich diese Tabelle ans Bett, wirklich für den Alltag. Also ich sehe es immer wieder, auch wenn man nicht genau darauf achtet, Patienten sind halt nicht 24 Stunden Lungenprotektivbar mit was das Tidal-Volumen angeht und insofern macht es Sinn, da wirklich ganz simpel vorzugehen und so eine Tabelle ans Bett zu holen und immer wieder dran zu denken, dass A, das ist schon die linke Seite, aber B, auf der rechten Seite nicht extra markiert, ein erwachsener, männlicher Patient selten ein VT am Beamungsgerät über 500 sehen sollte, es sei denn, Sie haben den lokalen Basketball-Club im Bett liegen oder Vertreter. Also Sie sehen hier unten, Tidal-Volumen über 500 kommt halt erst ab 1,90 überhaupt in Frage und so viele sind es dann halt doch nicht, die in dieser 500, 600er VT-Kampfklasse zu liegen kommen, was Größe, Geschlecht, Assoziationen angeht und nicht was Körpergewicht angeht. Und nochmal gucken, die kleinen und verzeihen Sie das, aber die kleinen dicken Frauen, das sind die, die Sie am schädigsten häufig beatmen, das heißt, es wird, was das VT angeht, gerade bei diesen Pi-mal-Daumen-Versionen halt nicht nach links hoch geguckt und geguckt, wie viel Tidal-Volumen darf es denn eigentlich sein und das ist sicherlich ein Problem, Sie sind dann relativ schnell bei einer entsprechenden Körpergröße bei VTs, die halt nur bei 330, 350 zu liegen kommen. Also Tidal-Volumen, die wichtige Maßnahme, auf die geachtet werden soll, weil wir halt immer noch gucken, Land auf, Land ab, dass das quasi nicht ausreichend erreicht wurde. Und dann haben Sie natürlich häufig das Problem, egal ob in der Anästhesie, Narkoseeinleitung auf Ihrer Intensivstation mit der Intubation, kommt die FCO2, kommt die Beamung, kommt Verschiebung von Ventilations-, Perfusionsverhältnissen und Ventilationsschwerpunkten und Sie haben halt im ARDS sowieso natürlich nicht mehr viel Lunge übrig. Auf der rechten Seite, da verändern sich quasi diese Körpergrößen, Geschlecht-Lungen-Verhältnisse, das müssen Sie immer im Hinterkopf haben. Aber auch beim nicht schwergeschichtigen Lungenpatienten haben Sie ruckzuck Artelektasen, das heißt Stickstoffauswachs, Verlust von Muskelspannung, Resorptions-Atelektasen haben Sie quasi schon mit der Einleitung. Das heißt einen relativen Verlust von arierbarer, ventilierbarer Lunge und insofern ist das nochmal ein Unterstrich, was dieses Erreichen von Tidal-Volumen-Zielen angeht, was Sie berücksichtigen sollen. Und insofern sind wir da, glaube ich, auf dem richtigen Weg, wenn wir die VTS klein halten. Was die inspiratorischen Beatmungsdrücke angeht, dazu noch ein Satz, das ist im Grunde genommen auch in der Sepsis-Leitlinie ja mit angeklungen, also Plateaudruck kleiner 30. In der aktuellen Leitlinie ziehen wir halt auch noch mehr das Delta-P, also diesen Differenzdruck, Piep zum inspiratorischen Druck, also den Driving-Pressure mit rein wollen. Nicht nur bei ARDS-Patienten, sondern hier auch bei intraoperativer und postoperativer Beatmung, in dem Fall bei lungengesunden Patienten, sich dieser Driving-Pressure als signifikant herausgestellt hat. Also wenn Sie operative Patienten mit einem hohen Driving-Pressure oder den nicht anpassen, dann ist das Outcome bei diesen Patienten schlechter. Also Delta-P, eine Variable, die Sie auch bei den Sepsis-Patienten entsprechend berücksichtigen sollten. Und wir wissen es halt aus der Lung-Safe-Studie, dass wir Plateaudressure mit Mortalität assoziiert ist, mild, moral, severe und viele von den Patienten werden halt in dieser Gruppe sein. Das heißt, wir haben halt hier einen Plateaudruck und je mehr Druck Sie ausüben, desto schlechter für Ihren Patienten. Das ist auch nochmal das Risiko für postoperative Komplikationen. Eine relativ große Meta-Analyse, 17 RCTs wurden da untersucht und die haben das auch nochmal zeigen können. Also gar nicht ARDS-Patienten, postoperative Komplikationen bei erhöhtem Driving-Pressure sind diese Patienten entsprechend gefährdet. So, wie stellen wir einen PEEP ein? Positiver endexperatorischer Druck und wieder Blick auf die Sepsis-Leitlinie. Was wollen Sie machen? Higher PEEP over lower PEEP. Lower PEEP bei Patienten in einem schweren oder moderaten ARDS und dann halt in die Bauchlage mit dem Patienten, wenn er eine PF-Ratio unter 150 hat. Und da können wir eigentlich ganz gut mitgehen, auch aus der quasi späteren oder heutigen Sicht der Leitlinie. Wir sagen ja, beim Patienten mit und ohne ARDS nicht ohne 5er PEEP und bei Patienten mit einem schwereren Oxygenierungsversagen sollten wir einen höheren PEEP einstellen. Und wie machen wir das? Weil das ist ja immer die Frage, wie stelle ich denn jetzt den PEEP ein? Und da sind wir nicht, weil wir so ganz so überzeugt sind von der PEEP-Tabelle, aber es ist halt ein gutes Maß, Beatmung einzustellen. Und es gibt einige Studien oder mehrere Studien, die letztlich keinen großen Vorteil gezeigt haben, wenn man Beatmung nach einer Tabelle einstellt, anstelle von anderen Fancy sozusagen ansetzen, die die Atemmechanik mehr berücksichtigen. Ich denke für den Sepsis-Patienten, der nicht im schweren ARDS ist, ist die PEEP-Tabelle nicht schlecht. Wichtig ist, dass Sie die richtige nehmen. Die High-PEEP-Tabelle, und das sind die beiden Tabellen, die wir auch in der Leitlinie mit drin haben, die High-PEEP-Tabelle, die würde ich eher vermeiden. Das sind ziemlich hohe PEEP-Werte, wenn Sie mal gucken, wie so eine PEEP-Tabelle eigentlich eingesetzt wird. Also zur Erinnerung, die geht nach der FIO2, die ich benötige, um ein Ziel-PAO2 von 55 bis 80 zu erreichen. Und wenn Sie gucken, das ist dann also die FIO2, dann sind Sie halt bei einer FIO2, die erforderlich ist von 0,5 oder 0,6 bis 0,7, sind Sie bei der Low-PEEP-Tabelle immerhin schon bei einem PEEP von 10 und das ist gar nicht so wenig. Während Sie bei dieser High-PEEP-Tabelle dann schon in den Bereich von 18 kommen, und das ist ganz schön viel, und das würde ich erstmal ganz, ganz gehörig sozusagen sein lassen. Das heißt, ich habe jetzt hier für einen PEEP-Vortrag auch nochmal so eine Einstellung, oder eine Einbindung dieser Tabellen genommen und ich sehe diese High-PEEP-Tabelle wirklich nur als Rescue-Maßnahme. Das heißt, wenn Sie in einen hohen PEEP-Bereich hochkommen und haben eine schwere Oxygenierungsstörung, dann kann man die vielleicht wählen und ansonsten bleiben Sie erstmal bei dieser niedrigen PEEP-Tabelle. Und was ich hinzugenommen habe, das ist jetzt nicht so sehr Thema des Vortrags, da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Was wir gerne machen oder wie ich es empfehle, ist, bei einem PEEP größer 15 fange ich an zu messen. Da möchte ich eigentlich den Patienten besser verstehen. Und das ist wie beim hämodynamischen Schock. Auch da fangen Sie irgendwann an, wenn der Katalamin-Perfuse hochzieht, überlegen Sie sich vielleicht schon mal, zum einen vielleicht doch ein Laktar zu messen, zum anderen vielleicht auch ein hämodynamisches Monitoring zu erweitern, um einfach mehr individualisiert den Patienten einstellen zu können. Und das Gleiche gilt für mich für die Beatmung. Das heißt, wir wissen, dass wir hier dann doch noch mehr Informationen brauchen, weil die Gefahr ist immer, wenn Sie so eine schwere Oxygenierungsstörung haben, dass Sie, wenn Sie viel PEEP wählen müssen, wenn diese Lunge darauf nicht positiv reagiert, also nicht rekrutiert, dann werden Sie die Lunge überblähen und dann werden Sie einen Schaden und dann wieder auch inflammatorische Reaktionen und Erhaltung von Sepsis, quasi Krankheitsbild, noch erhöhen. Transpulmaler Druck, noch ganz kurz dazu. Das ist quasi der wirkliche Distensionsdruck der Lunge. Das ist was, was Sie mit einer Oesophagus-Drucksonde messen können. Dann haben Sie den Wahndruck, der die Lunge quasi eröffnet oder auch offen erhält. Das sind ganz interessante Konzepte, um so eine PEEP-Einstellung noch mal differenzierter anzugehen. Aber auch da gibt es noch nicht so harte Daten. Aber diese Studie unterstreicht Ihnen ganz gut, was ich gezeigt habe. Man hat ja, wenn man einen PEEP einstellt nach einer konventionellen Druck, auch drucklimitierenden Methode und den Oesophagus-Druck mit reinnimmt, dann werden Sie quasi dafür sorgen, bezogen auf den endexpiratorischen Druck, dass Sie möglicherweise durch so eine transponale Druckmethode einen PEEP akkurater einstellen und damit eivoläres Cycling verhindern. Das wäre bei dieser anderen Methode der Fall. Da ist der Druck bei einigen Patienten viel zu gering. Auf der anderen Seite ist, wenn Sie nur dahin gucken, dann haben Sie möglicherweise kein Cycling mehr, haben das untere endexpiratorische Druckniveau gut gewählt. Aber Sie gefährden die Lunge, weil die Drücke dann eventuell auch hoch sein können bei so einer Methode. Und ein weiterer Aspekt, den man halt bei dieser Beatmung mit berücksichtigen muss, ist, wie verändert sich das denn unter der PEEP-Einstellung? Habe ich Überblähungen? Erhöhe ich den physiologischen oder den gemessenen Todraum? Und das ist quasi der Deckel von oben, um eine PEEP-Einstellung adäquat zu machen. Und deswegen die Idee mit diesen verschiedenen individuellen Messvariablen. Bauchlagerung. Haben Sie auch empfohlen, empfehlen wir auch. Die Datenlage ist auch relativ eindeutig. Da wird, glaube ich, erstmal nicht mehr so lange dran rumgekratzt werden. Also PF-Ratio kleiner, 150, legen Sie dem Patienten, wenn es geht, auf den Bauch. Es sei denn, der hat ein schweres abdominelles ARDS und erhöhten intraabdominellen Druck. Dann wird es natürlich schwierig. Dann zahlen Sie quasi an anderer Stelle wieder drauf. Das ist natürlich klar bei so einem Patienten problematisch. Aber grundsätzlich, wenn da keine Kontraindikationen bestehen, dann ist das die Überlegung, die Sie gehen sollen mit Ihrem Patienten. Und dazu gibt es mittlerweile eine ganz gute Datenlage. Wenn ich zuletzt aufgrund dieser Prone-Positioning-Studie, die hier einen deutlichen Benefit gezeigt hat. So, ist schlecht. Wollen Sie noch rekrutieren? Wer ist für rekrutieren? Also rekrutierungsmanöver am Bett, mal kräftig durchblähen. Das wird empfohlen von dieser Sepsis-Guideline. Ich wäre da kritisch, was das angeht. Also erstens ist immer die Frage, welche Methode. Die Studienlage ist da relativ unklar, weil auch nicht gezeigt wird, ist es das rekrutierungsmanöver selber oder die Piepanpassung nach rekrutierungsmanöver. Und Sie haben halt auch die hemodynamischen Probleme. Das als rekrutierungsmanöver sehen wir eher kritisch. Und es gibt halt Daten, die halt eher dagegen sprechen. Das ist hier eine kürzliche Studie, wo halt Pieptabelle versus Rekrutierung und dann Piepeinstellungen gezeigt wurde. Und da war die Patienten, die die Rekrutierungsmanöver kriegten, hatten eine höhere Sterblichkeit. Also vorsichtig mit solchen Manöver, gerade wenn Sie in die höheren Druckebenen von kurzfristig nur 45, 50, 60 gehen, dann haben Sie ein hohes Risiko, diese Lunge so akut zu schädigen, dass da Patienten auch sterben. Und genau das ist in dieser Studie halt auch passiert von Amato. Und deswegen werden wir da eher zurückhalten, was diese Manöver angeht. HFOV, wer macht das noch von Ihnen? Auch das wird eigentlich dann aber auch nicht empfohlen in der Leitlinie, aber findet noch mal Berücksichtigung, macht von Ihnen noch jemand HFOV? Kein Finger geht hoch, braucht man auch nicht. Wir empfehlen es in der aktuellen Leitlinie halt auch nicht. Die Geräte muss man leider in die Ecke stellen, weil zwei große Studien gezeigt haben, dass es keinen Outcome-Benefit gibt für diese Alten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das noch kennt, diese Oszillatoren, also so eine Musikbox, die mit hoher Frequenz quasi eine Luftsäule vor sich her drückt. Eigentlich ein ganz interessantes Konzept, damals glaube ich mit zu vielen hohen Drücken. Wir haben das mal im Tierversuch mit transponal adaptierten HFOV-Einstellungen durchgeführt und haben da ganz gute Ergebnisse gesehen, aber eigentlich ist das Ding vom Markt. Also nicht machen. Relaxieren Sie Ihre Patienten. Auch das ist ein Thema in der Leitlinie. Also wer nur ausschließlich die Leitlinie liest, der würde empfohlen bekommen, Muskelrelaxierung beinahe, PF-Ratio kleiner 150. Wer relaxiert dann? Seien Sie mutig. Heben Sie die Arme. Vorsichtig. Vorsichtig gehen Sie aus der Deckung raus. Also wir wollen die Spontanatmung halten. Also Spontanatmung ist gut für uns, für so einen Patienten, für unser Zwerchfell. Und in der Leitlinie waren wir so ein bisschen hin und her gerissen, was diese Datenlage angeht. Insofern beim schweren ARDS innerhalb der ersten 48 Stunden, da kann man das überlegen, aber bei Ihren Sepsis-Patienten im Verlauf würde ich sagen eher nicht. Und diese Daten werden eher schwächer. Also insofern ist diese Vorsicht, die in der Leitlinie alle vorgeschlagen haben, glaube ich, ganz berechtigt. Nur zur Erinnerung, es gibt eine Studie von Papazion und der hat gezeigt, dass die Patienten, die relaxiert werden, ein besseres Outcome haben. Das sehen Sie hier. Die Kaplan-Meyer-Kurve zeigt hier Pro quasi Cis-Atracurium. Und das hat diese Empfehlung auch in der Sepsis-Guideline sicherlich mitgetriggert. Also Relaxierung, Outcome, Verbesserung. Aber es gab viel Kritik an der Studie, am Studiendesign, an den gewählten Beatmungsmodi. Und insofern war das in der Beatmungsleitliniengruppe bei uns halt eher kritisch gesehen. Und es gibt, ich will gar nicht zu lange darauf eingehen hier, es gibt eine neuerliche Publikation aus 2019. Und da sehen Sie die Kaplan-Meyer-Kurven halt nicht mehr in Favor. Das heißt, pro Relaxierung, diese Daten konnten so nicht nachvollzogen werden. Und insofern stärkt sich quasi diese Zurückhaltung, was den Einsatz von Relaxantien bei diesen Patienten dann mit schwerer Oxygenierungsstörung angeht. Wer macht NIF in der Sepsis bei Ihnen? Nicht-invasive Beatmung. Also weg mit dem Tubus. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Sie müssen natürlich immer im Hinterkopf haben, dass, wenn der Patient eher ein hypoxämisches Versagen zeigt und halt Sepsis induziert quasi, dann Volumenverschiebung, sich die Lunge zu einem nassen Schwamm entwickelt, dass sie halt mit der nicht-invasiven Beatmung halt ein Tool an der Hand haben, was halt per se aufgrund der Leckagen, die entstehen können, keine gute Druckstabilität hat. Und das sind hier Daten von Peter Neumann, der einmal die Zeitkonstanten aufgezeigt hat. Also wie schnell kollabiert so eine Lunge? Und da brauchen sie halt nicht viel Zeit. Das reicht, wenn sich ein Patient die Maske kurz mal abnimmt, butsch, dann verlieren sie vielleicht das, was sie mit ihrer NIF und auch mit der Piepeinstellung gewonnen haben. Und insofern haben sie dann wieder, müssen sie wieder von Null, müssen die Lunge wieder aufmachen, wieder rekrutieren. Und das ist ein Problem beim hypoxämischen respiratorischen Versagen in einer Sepsis oder wie beim ARDS. Das heißt, immer im Hinterkopf haben, was liegt denn da ein Patient vor mir? Und die sind ja in der Tendenz eher hypoxämisch als hyperkappnische respiratorischer Versager. Und deswegen ist das ein Problem. Es gibt aber ganz gute Daten auch da, also beim ARDS. Und die Frage ist zum Beispiel die Wahl des Interfaces. Und die haben eine Studie gemacht, hochrangig publiziert und haben den Helm genommen. Wird in Deutschland gar nicht so viel eingesetzt, in Italien wirklich häufig, wenn sie, ich war mal in Monster und habe mir das angeguckt, da laufen sie über Intensivstationen und alle haben Helm auf und haben ein bisschen Highflow dran oder ein bisschen Druckunterstützung. Es wird halt, wie gesagt, in Europa unterschiedlich eingesetzt. Und diese Studie hier, die quasi Patienten dann randomisiert hat, entweder in die NIF und dann fortsetzen mit NIF oder Helm aufsetzen, die konnten ganz gute Ergebnisse zeigen, da sehen Sie wieder diese Kaplan-Meyer-Kurve auf der rechten Seite, dass die Helm-Gruppe hier ein besseres Outcome gezeigt hat. Und gerade bei einem Patienten, der vielleicht keine so hohe ventilatorische Unterstützung braucht, der Helm ist halt ein lausiges Tool, was Interaktion zwischen Patient und Beatmungsrät angeht, aber für einen CEPA, für kontinuierliche Drücke gar nicht so schlecht, da ist das dann in der Sepsis möglicherweise ganz interessant. Also der Helm und moderne, nicht invasive Beamungsformen sicherlich bei so einem Patienten ein Versuch wert, wenn die PF-Ratio das noch, dieser Horowitz-Index das quasi noch erlaubt. Aber nochmal haben Sie diese Zeitkonstanten im Hinterkopf, ein wirklich hypoxemischer, respiratorischer Versagenpatient, das ist was, das ist tricky und da sollten Sie viel Erfahrung in der NIF haben. High-Flow, wer macht das von Ihnen? Nasal-High-Flow-Therapie, spannende Sache, gerade im hypoxemischen, respiratorischen Versagen, fürs hyperkappnische Versagen müssen wir da noch warten. Aber klar, Sie können quasi Todraum reduzieren, Sie können haben ein bisschen Einfluss auf Atemarbeit, wenn Sie so einen High-Flow von 30 bis 60 Litern einsetzen. Und es gibt halt für das hypoxemische, respiratorische Versagen halt zum Beispiel diese New England Journal Publikation, die quasi Patienten einschließlich COPD, haben COPD nicht eingeschlossen, also reine hypoxemische, respiratorische Versagen quasi mit High-Flow-Therapie haben. Und im Vergleich zu einer konventionellen Sauerstofftherapie, aber auch im Vergleich zur NIF, Sie sehen das hier, Überleben, Intubationsrate aufgeführt und die High-Flow, das ist die rote, das heißt unten ist super, weil weiter oben die Kurve und Intubationsrate auch super, weil weiter unten die rote Kurve, also ein deutlicher Vorteil für die High-Flow-Therapie in dieser Untersuchung. Und insofern, wenn Sie einen Patienten haben mit einer eingeschränkten Oxygenierungsleistung, der aber, was die restliche klinische Situation angeht in der Sepsis, auch was die neurologische Situation, was die Schutzreflexe angeht, gut ist, dann können Sie mit dieser Therapie eine Intubation vermeiden und die tubusassoziierten Komplikationen inklusive dann auch noch eine zusätzliche Pneumonie on top auf die vielleicht schon vorliegende Sepsis vielleicht sich sparen. Das ist schon ein interessantes Verfahren und so zwar in der Leitlinie nicht vorgesehen, aber eins, was ich mit empfehlen würde. Und damit der kleine Parforsritt durch die Beatmung für den Sepsis-Patienten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Wenn ich jetzt nochmal die Basics nehme, ist jetzt eigentlich Volumen kontrolliert oder Druck kontrolliert besser? Also da, wir sitzen ja in Deutschland. Deutschland ist Druckland, druckkontrolliertes Beatmungsland. Andere Länder gehen das gar nicht so mit. Die Datenlage, ob Volumen oder Druck kontrolliert, die ist halt eher schlecht. Deswegen sagen wir in der Leitlinie ja auch, man kann das eigentlich nicht wirklich differenzieren. Also meines Erachtens ist, Sie müssen halt alle Variablen im Auge haben. Und wenn Sie das tun, also wenn Sie Spitzendruck, Plateaudruck, Delta P und das Volumen im Blick haben, dann können Sie wahrscheinlich mit der Druckkontrollierten, liegen Sie nicht besser. Vielleicht glaube ich immer noch, dass die Druckkontrollierte Beatmung Ihre Vorteile hat. Da ganz wesentlich der Volumenkontrollierte ist der, dass Sie wirklich mit dem Tidalvolumen beatmen, was Sie sich wünschen und eingestellt haben. Aber wie gesagt, wenn Sie die Flanken richtig setzen, dann wird es, glaube ich, schwer für einen dieser beiden Grundkonstellationen mit einem Sieg davon zu laufen. Also machen Sie es letztlich, wie Sie es wünschen, wenn Sie quasi die Grenzen beachten. Hinten ist eine Frage, bitte. Können Sie uns noch eine Auskunft geben über die Einstellung einer Rampe bei der Beatmung? Die Rampe. Also in der assistierten Beatmung die Frage, wie schnell wird das Druckniveau erreicht. Also haben Sie im Grunde einen langsamen Anstieg oder einen kurzen Anstieg. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit Sie haben und was Sie vor dem Patienten vor sich liegen haben. Also der COPDler mit einem hohen Atemantrieb, da nehme ich die Rampe raus. Das ist eher kontraproduktiv aus zweierlei Gründen. Das eine ist, Sie haben diesen hohen Atemantrieb, der zieht. Und der hat im Grunde möglicherweise gar nicht das Gefühl, sauber unterstützt zu werden, wenn diese Rampe so langsam ist. Der braucht auch dieses Gefühl einer Assistenz, um ihn aus einer respiratorischen Dekompensation rauszubringen. Also Rampe, eher steil beim COPD-Patienten, nichts zu dessen, weil er braucht ja seine Zeit zum Ausatmen. Der hat ja seine respiratorische Flusslimitation. Das heißt, kurz rein, lange Zeit für die Exploration, Rampe raus. Bei einem Patienten mit einem hypoxämischen respiratorischen Versagen. Und da ist es vielleicht ein bisschen anders. Da kann man schon mal eine Rampe reinnehmen, auch vor dem Hintergrund, dass Sie natürlich mit der steilen Rampe auch schneller diesen Spitzendruck erreichen. Dann auch schneller in die Expirations-, also die Umschaltkriterien kommen. Der Fluss fällt ja ab zum Ende der Inspiration in dieser assistierten Beatmung. Und Sie holen mit einer leichten Rampe eventuell noch ein bisschen bessere Umverteilung des VTs und ein bisschen mehr VT raus. Das wäre sozusagen in Kürze das, wie ich es empfehlen würde. Also COPD, keine Rampe. ADS, hypoksemisch, kleine Rampe ist okay. Und dann magst du vielleicht nochmal was zum Ösophagus-Ballon sagen und zur Piepeinstellung mit und ohne Ösophagus-Ballon. Weil das finde ich total spannend. Ich finde die Daten zum Ösophagus-Ballon spannend. Aber die sind irgendwie nicht so richtig reproduziert worden. Und du sagst, du nutzt es zur Feineinstellung. Wie machst du es mit? Wie machst du es ohne? Also genau, also dieser Isophagus-Druck. Es gibt zwei große Studien. Advent und Advent 2. Die eine, die Timer-Studie aus 2008, die Journal hat gezeigt, bessere Oxygenierung und einen Trend in den Tendenzen für einen Outcome-Benefit. Und da haben sich alle gefreut, weil er gesagt hat, Mensch, das ist die Rationale. Wir wollen nach artmechanischen Kriterien beatmen. Und da ist der Ösophagus-Druck sicherlich ein guter Schritt dahin. Und dann gibt es auch jetzt die aktuelle Advent 2-Studie. Und die hat es nicht so reproduzieren können. Da gibt es ganz viele Diskussionen drum. Falsche Pieptabelle, zu hoher Piep in dieser Isophagus-Druck eingestellten Tabelle etc. Da kann man lange und viele Editorials zu lesen. Aber am Ende ist es so, dass diese Studie erstmal keinen Outcome-Benefit gezeigt hat. Ich trenne mich da so ein bisschen, ehrlich gesagt, von den Studienergebnissen. Ich denke schon immer noch, dass es Sinn macht, das Verständnis zu erhöhen und möglichst viel Information über den Patienten reinzuholen. Auch wenn man wirklich konstatieren muss, dass diese ganzen Ansätze, best Piep-Trial, beste Compliance, Isophagus-Druck, ET, also lokale, regionale Ventilationsverteilung, sich gezielt giltgebend anzuschauen. Fehlen fehlen die harten Daten. Aber wenn ich mich in hohe Piep reinbewege, möchte ich trotzdem den Patienten besser verstehen. Und deswegen machen wir das bei den Patienten. Wenn es keine drückenden Fragen mehr gibt, würden wir die Sitzung beenden. Ich danke nochmal allen Referenten hier für die wirklich klasse Vorträge. Ich habe wieder was gelernt. Ich freue mich da immer drauf. Ich danke meinem Co-Chairman und wünsche Ihnen noch einen ganz kurzen Restkongress und eine gute Heimfahrt vor allem dann auch. Vielen Dank.